Was denkt dieser Mensch in Bezug auf dich? Was fühlt er jetzt gerade? Welche Gedanken macht er sich über dich in Bezug auf dich? Und du denkst jetzt mal an eine ganz bestimmte Person. Und ich schaue jetzt in die aktuelle Energie deines Herzmenschen, was ihm durch den Kopf geht. Und du schaust bitte, ob du in Resonanz gehst. Und ich empfehle immer eine Legung bis zum Ende zu schauen, denn da ergibt das Ganze alles einen Sinn. Karmisch, dieser Mensch sagt dir über dieses Video heute, ich muss zuerst meine Lektion mit anderen Menschen zu Ende bringen. Bevor, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe das Gefühl, was mir reinkommt ist, dass etwas nicht beendet wurde. Etwas wurde nicht fortgeführt. Denn das klingt so, ich muss zuerst das machen und dann könnten wir das machen. Was könntet ihr beide machen? Hm, das liegt alles in der Zukunft. Dein Gegenüber nennt dich hier eventuell auch einen Grund, warum er gerade nicht bei dir sein kann. Und hier haben wir die Tendenz auch von den Karten, dass dein Herzmensch in einer karmischen Situation steckt. Ja, also eine Seelen-Lernaufgabe. Das ist etwas, das will seine Seele gerade durchmachen, um zu wachsen und gibt dein. Ja, da steckt er immer noch fest. Vielleicht weißt du sogar von dieser Situation. Dann ist das hier ein Zeichen, er ist immer noch dabei. Vielleicht hast du dich aber wirklich gefragt, hm, warum hat er sich so komisch verhalten? Ja, warum ist er plötzlich weg gewesen? Da gibt es andere Menschen in seinem Leben, da mit denen hat er gerade hier, ja, ein Hühnchen zu rupfen, könnte man sagen. Meine Lieben, da schauen wir jetzt rein. Weiter mit Tarot und egal mit welchem Deck ich lege, verborgene Geständnisse, die Lennys, Licht- und Schattentarot, besinnliche Nachrichten oder, oder. Ihr findet alle Decks immer unter dem Video, verlinkt oder auf lovelysun.de, falls ihr euch auch eins zulegen möchtet. Was will dir dieser Mensch sagen? Und ich werde ab jetzt aus der Sicht von ihm sprechen. Die Neun der Münzen, da ist so viel, was wir haben könnten und die Neun der Stäbe, was wir aber nicht haben. Das ist das, was wir sein könnten, die Fülle, viel Kontakt, eine schöne Zeit, eine glückliche Zeit, ja. Ja, viele Nachrichten, viele Anrufe, viele Dates, aber letztendlich ist es das hier. Neun der Stäbe. Ich im Rückzug. Da ist vieles, was ich für dich empfinde oder ich denke viel an dich. Du bist in meinem Kopf und ich habe viele Vorstellungen, genau wie du, was wir sein könnten. Aber mit diesen ganzen Energien, Gefühlen und Emotionen verstecke ich mich so ein bisschen. Ich bin auf Abstand gegangen. Ich habe dafür gesorgt, dass zwischen uns beiden eine Grenze entsteht. Ich habe dich ausgegrenzt. Und ich habe mich hinter die Grenze verzogen. Ja, obwohl da vieles ist, womit ich gerne vorkommen würde. Aber manchmal ist man unfreiwillig da, wo man ist. Hunde im Tierheim, die sind ja in einem Zwinger. Sind die da freiwillig? Nein. Ich bin hier auch in diesem Zwinger. Ich bin hier hinter diesem Zaun, hinter dieser Grenze. Und hier bin ich nicht freiwillig. Und ich will, dass du das weißt. Ich bin hier, weil das Universum mich quasi dazu verdonnert hat. Weil ich hier in diesem Gebiet, in diesem Raum, in diesem Land, in dieser Wohnung, in diesem Haus, in dieser Situation, wo auch immer ich bin, eine Lektion habe, die noch nicht beendet ist. Und das sollst du wissen. Dieses Deck wollte sich zeigen, es hat sich bewegt, es hat sich aufmerksam gemacht. Besinnliche Nachrichten. Was liegt denn hier so Sinnliches in der aktuellen Energie? Wonach ist denn diesem Menschen gerade der Sinn, wenn er an dich denkt? Was fühlt er aktuell? Fühlt er überhaupt noch irgendetwas? Er fühlt Zeitdruck. Er weiß, er muss raus da. Er weiß, er muss das hier so schnell wie möglich zu Ende bringen, diese Lektion. Er weiß, dass du wartest. Wenn er an dich denkt. Wenn ich an dich denke, habe ich Zeitdruck. Ich weiß, es ist kurz vor zwölf. Ich weiß, wenn ich mir noch mehr Zeit lasse, dann bist du sauer auf mich. Dann willst du mich gar nicht mehr. Wenn ich mir noch mehr Zeit lasse, dann entgeht mir etwas mit dir. Wenn ich mir noch mehr Zeit lasse, ist hier der Drops auch vielleicht einfach gelutscht. Vielleicht bist du schon längst wieder in den neuen Händen. Oder bist kurz davor, schwanger zu werden von einem anderen Mann. Vielleicht läuft uns beiden auch einfach die Zeit davon, weil wir immer älter werden. Die Dinge immer ernster werden. Vielleicht habe ich dich auch einfach schon viel zu lange warten lassen. Sitzen lassen. Ich weiß und ich habe das ganz starke Gefühl, jetzt oder nie. Wenn ich nicht in der nächsten Zeit vorkomme und mich wieder bei dir melde, dann ist das hier zu spät. Zu spät. Ist es schon zu spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es schon so spät? Ist hier schon so viel Zeit vergangen? Ich sitze und ich weiß, ich muss mich beeilen. Ich muss zurangekommen. Ich muss klarkommen. Ich muss mich bei ihr melden. Aber da ist diese Grenze. Das ist, als würde dir einer verweigern, dass du zum Telefon greifen darfst. Ja? In dem Moment, wo du so zum Telefon greifen willst, kommt das Leben und schlägt dir so auf die Hand und sagt, Nein, weg da vom Telefon. Hier, du hast da noch was. Ja? Und ich komme nicht zu Gange. Hier. Und ich kann dir sagen, worum es bei mir geht. Ich habe Geldprobleme. Diese karmische Lektion, die ich hier habe mit jemandem. Das kann sogar mein Vater sein, dem ich Geld schulde. Mein Vater, der mir irgendwie den Familienbetrieb untergejubelt hat. Vielleicht sind es die anderen Menschen, weil es ist hier auch das Finanzamt. Mein Steuerberater. Vielleicht bin ich Steuerberater. Also, vielleicht ist es auch eine Frau, mit der ich noch was am Gange habe. Ja? Und die könnte mich hier aber wirklich finanziell den Kragen kosten. Was auch immer das ist, wo ich dranne bin. Es hat schwere finanzielle Konsequenzen für mich. Und deswegen kann ich nicht einfach weg aus dieser Situation. Ich bin abhängig. Ja? Ich muss da sein, wo ich gerade bin. Auch wenn ich weiß, dass in Bezug auf dich die Zeit immer knapper wird. Siehst du das? Es ist kurz vor zwölf. Und wenn ich an dich denke, empfinde ich Zeitdruck. Glaub mal nicht, dass ich ganz entspannt hier in meinem Sessel sitze und Däumchen drehe. Nein, ich weiß, dass mir die Zeit davonläuft. Und du denkst dir wahrscheinlich, der Haiopal, was lässt er sich so viel Zeit? Ich weiß das. Ja? Und ich bin auch wirklich dran. Ich mache vielleicht Überstunden. Ich habe drei Jobs. Ich versuche, Geld aufzubringen. Ich versuche, das hier irgendwie in Balance zu bringen. Aber das Ganze ist nicht so leicht. Vielleicht habe ich da auch einen Kredit, wo ich auch noch unter Zeitdruck irgendwie stehe, dass ich das hier fertig bekomme. Weil bei mir sonst im Leben auch noch was passiert. Also ich bin in einer Situation, wo mir echt die Zeit davon rennt. Das sollst du wissen. Ja. Und was du noch wissen sollst. Wenn ich an dich denke, dann vermisse ich dich. Die fünfte Kelche. Wenn ich an dich denke, dann denke ich an die Vergangenheit. Und du kennst sie genau wie ich. Ich denke an vergangene Tage. Und ich denke auch viel an unsere letzte Kommunikation, muss ich dir sagen, als der Kelch dann wirklich umgefallen ist. Also als wir noch aus dem Kelch getrunken haben, da denke ich gerne an diesen, wie gut es geschmeckt hat. Wie schön die Tage mit dir waren. Wie viele schöne Momente wir gemeinsam hatten. Und dann irgendwann kam der Tag, ja, wir haben immer aus diesem Kelch getrunken. Und irgendwann kam der Tag, da hat es gemacht. Da ist der Kelch umgefallen. Und das ist so ein Tag, boah, wenn ich daran zurückdenke, dann geht es mir nicht so gut. Dann fühle ich mich nicht gut. Dann bereue ich einiges. Dann denke ich mir, hätten wir das verhindern können? Dann frage ich mich, wenn man den Kelch jetzt wieder hinstellt, ist da vielleicht noch was drin? Ja, der ist ausgelaufen, ja. Und da ist echt viel rausgelaufen. Aber vielleicht ist ja noch was drin im Kelch. Könnten wir den vielleicht wieder hinstellen und weiter daraus trinken? Das sind die Gedanken, die ich mir mache. Aber wenn ich den bald nicht nehme, den Kelch, und wieder hinstelle, ja, dann ist der garantiert ausgetrocknet. Ist die Verbindung zu dir komplett ausgetrocknet? Oder ist da noch was zu holen? Das ist das, was ich mich frage. Ich weiß gar nicht. Ich stehe so unter Druck. Nicht nur finanzieller Druck. Weltlicher Druck. Zeitdruck. Ich, ich, Druck. Das ist mein zweiter Vorname. Druck. Hallo und jeder macht mir Druck. Du weißt, welchen Druck ich habe. Und im gleichen Zuge will ich dir etwas gestehen. Ich will dir etwas gestehen. Etwas, was man vielleicht auch nicht gerne hört. Und wenn du das gerade nicht gerne hören möchtest, dann spule jetzt einfach ein bisschen vor, indem du mehrmals auf den Bildschirm tippst. Generell kannst du übrigens auch die Videos hier auf doppelte oder dreifache Geschwindigkeit stellen, auf dem kleinen Zahnrad. Ja, falls dir das zu langsam geht. Ich möchte dir jetzt etwas gestehen. Verbotene Geständnisse. Etwas, was ich dir vielleicht so noch nie gesagt habe. Und du kannst mich jederzeit selber auch über dieses Deck fragen. Was gibt es zu gestehen? Macho. Ja, ich bin ein Macho. Und ja, deine Anerkennung tut meinem Ego gut. Das ist mir echt peinlich, das zu sagen. Aber es ist so. Im Herzen bin ich ein Macho. Und im Herzen muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Und na gut, vielleicht geht es auch jedem Menschen so. Du tust meinem Ego so unwahrscheinlich gut. Wenn du mir ein Kompliment gemacht hast. Boah, es ging runter wie Butter. Und da war ein ganz bestimmtes Kompliment, was du mir gemacht hast. Vielleicht erinnerst du dich daran. Boah, wenn ich dir heute noch dran denke, das ist dann gut, das mal zu hören. Weil ich bekomme wenig Komplimente. Wie du mich angeschaut hast. Zu merken, dass du, ja, so verrückt nach mir bist, auch als Mann. Das hat mir richtig gut getan als Mann. Mir als Person. Das hat mir einen richtigen Push gegeben. Das hat mich wirklich seit langem mal wieder irgendwie auch was spüren lassen. Weil hier ist so viel los bei mir. Und es läuft nicht immer gut mit anderen Personen. Aber das mit dir, das hat mir so gut getan. Und ja, es ist peinlich, sowas zu sagen. Aber du sollst es wissen. Und ja, mir gefällt das. Vielleicht bin ich ein Macho. Da stehst du ja auch auf Machos. Und es passt. Was du noch wissen sollst. Ich schaue auf jeden Fall immer noch, was du so machst. Bei WhatsApp, online. Social Media, Profilbilder. Über Freunde. Online-Auftritte. Website. Also ich gucke, was du machst. Ich verfolge das aktiv. Ich versuche es zu verfolgen. Selbst wenn du mich blockiert hast, versuche ich immer noch, an Informationen zu kommen. Also das Gucken, das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Du bist immer noch von großem Interesse für mich. Fünfter Kelch. Ich vermisse dich. Ich denke immer noch zurück. Ich hänge immer noch an dir und an dieser Zeit. Ja, da ist ja dieser neue Weg. Aber auf den schaue ich nicht. Ich schaue in die Vergangenheit. Ja, man könnte sagen, ich bin dein heimlicher Verehrer. Der seine wahren Gefühle, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, für dich versteckt. Ich habe neun der Münzen. Das ist eine Fülle. Das ist ein ehrliches, reines Gefühl von Freude, von Gutmütigkeit. Also das ist so, ja, wenn ich an dich denke, dann geht es mir gut. Aber ich verstecke dieses Gefühl hier hinter dem Zaun. Ich habe das Gefühl bei mir. Also ich schreibe dir das nicht jeden Tag. Oder ich sage dir das nicht. Oder ich lasse es dich auch nicht wissen. Ich bin quasi ein heimlicher Verehrer von dir. Man könnte sagen, ich bin ein heimlicher Fan. Heimliche Verehrer, die spionieren, oder? Wieso ist man ein heimlicher Verehrer? Weil du nichts davon weißt. Du weißt im Grunde gar nicht, wie ich für dich fühle. Vielleicht rechnest du auch nicht damit. Vielleicht ist es das. Das, was du gerade über mich denkst. Boah, da sage ich dir, da entgeht dir aber was. Du hast ein ganz anderes Bild von mir und von meinen Gefühlen für dich. Dabei sitze ich da und scrolle und zoome in deine Bilder rein. Ich zoome. Ich mache die ganz groß auf dem Bildschirm und gucke mir die Details an. Ich spioniere dir vielleicht sogar hinterher. Hat sie schon wen Neues? Ist sie noch mit ihrem Mann zusammen? Hat sie wen anderes kennengelernt? Was macht sie so? Wo treibt sie sich so rum? Wie geht es ihr? Fehle ich ihr? Hinterlässt sie mir vielleicht eine Botschaft? Vielleicht postest du irgendwas und machst ein Lied drauf von uns beiden. Ich suche wirklich nach Zeichen, ob du irgendwie noch an mich denkst. Und man könnte sagen, ja, ich spioniere dir hinterher. Und ich bin da hinten. Toll, denke ich mir. Wow. Ich bin da und habe meine karmische Lernaufgabe. Habe meine Ablenkung, habe meinen Druck. Und du bist da auf der anderen Seite. Ich bin hier auf der Seite vom Zaun in meinem Leben. Und du bist auf der anderen Seite vom Zaun. Und ich beobachte dich. Ich habe das Feuer an meiner Seite. Feuer bedeutet Leidenschaft. Uh, ja, ich beobachte dich mit ganz viel Enthusiasmus. Sehr, sehr interessant. Sehr feurig, sehr leidenschaftlich, sehr sexy bist du in meinen Augen. Und ich habe Lust. Ich bin gewillt. Stäbe stehen für Antrieb. Für Wille und Initiative. Ich habe Lust, wenn ich da hinterm Zaun rüberspinse, was bei dir so los ist. Ich habe Lust auf dich. Lust, ja. Mein Leben ist noch nicht so lustvoll, lustig. Mein Leben ist, ach, mein Leben ist, du willst gar nicht wissen, wie mein Leben ist. Hm. Was ich dir noch sagen möchte. Und zwar eine Botschaft von den Runen. Jede Rune trägt eine Energie. Und wenn du die Runen zu Hause auch legen möchtest, es gibt immer eine Anleitung zu jedem Runenbeutel dazu, damit du sie natürlich ganz einfach auch deuten kannst. Und meine Runenbotschaft an dich lautet, hm. Ich möchte dir sagen, dass ich eventuell ein Wasserelement bin. Krebs, Skorpion, Fische. Vom Sternzeichen. Und wenn du jetzt gerade denkst, oh ja, ist er wirklich, dann ist das für dich eine doppelte Bestätigung, was diese Botschaft heute wirklich von mir ist. Wasser ist ebenfalls ein Symbol für Emotionen. Und die Lagos selbst steht für Unbewusstes. Ja, für etwas, was vielleicht auch verdrängt wird, für etwas, was unten schlummert. In mir, hinter der Grenze, schlummert so vieles für dich, was ich dir nicht zeige, sondern es ja verstecke. Was du nicht siehst, aber etwas, was da ist. Etwas, was ich fühle, dir aber nicht zeige. Ich verhalte mich widersprüchlich, möchte ich dir sagen, mit der Lagos. Was ich dir noch sagen möchte. Und ja, du hast das Video nicht umsonst angeklickt heute. Diese Botschaft ist von mir für dich. Und du wirst spüren, wenn sie wirklich von mir ist. Was ich dir noch sagen möchte. Ich bin eifersüchtig. Ich bin eifersüchtig. Wenn ich dir hinterher spioniere. Ja, alles, was ich sehe oder finde, was mit anderen Menschen zu tun hat. Oder manchmal bin ich sogar neidisch auf dein Leben, wenn ich ehrlich bin. Wirklich. Ich bin manchmal neidisch auf das Leben, was du führst. Du hast diesen anderen Lebensstil. Du hast diese andere Art und Weise zu leben. Du machst dir keine Platte, was andere von dir denken. Du richtest nicht dein ganzes Leben irgendwie nach dem Geld oder nach den Meinungen anderer. Du lebst einfach. Und ich bewundere dich manchmal so dafür, weil bei mir läuft alles anders. Ich bin wie gefangen. Ich bin wie ein Hund im Tierheim, der jeden Tag darauf hofft und wartet, abgeholt zu werden. Aber da kommt keiner. Du bist frei. Im Gegensatz zu mir. Und dafür beneide ich dich. Vielleicht habe ich auch schon Kinder und du nicht. Und du kannst reisen, wann immer du willst. Vielleicht bist du selbstständig. Und ich bin in so einem Hamsterrad gefangen. Also, ich bin eifersüchtig. Auf dich, dein Leben, auf die Leute, die du triffst. Die Leute in deiner Umgebung. Vielleicht hast du auch wen Neues. Oder du hast den Mann, wie gesagt. Da ist Eifersucht, wenn ich an dich denke. Und da ist ein Geheimnis, wovon du nichts weißt. Es gibt etwas, von dem du nichts weißt. Etwas, was ich dir nicht oder nie erzählt habe. Etwas, wo ich vielleicht gar nicht wollte, dass du es weißt. Etwas, was hier hinter diesem Zaun passiert, auf meiner Seite des Lebens. Und ich will, dass du weißt, dass du in meinen Augen ein Leckerbissen bist. Ein Leckerbissen, den ich gerne vernaschen würde. Vielleicht ist da aber auch jemand Neues in dein Leben getreten, auf den ich sehr, sehr eifersüchtig bin. Vielleicht habe ich neulich aufs Handy geschaut und habe gesehen, dass du wen Neues kennengelernt hast. Und auf den bin ich sehr eifersüchtig. Wenn da niemand ist in deinem Leben, will ich dir einfach nur sagen, dass du immer noch ein Leckerbissen für mich bist. Und ich mir vorkomm, als wäre ich auf Diät. Du das Kuchenstück im Kühlschrank und ich derjenige, der auf Diät ist und nicht reinbeißen darf. Ja, und damit du es auch wirklich verstehst, damit du es wirklich, wirklich glaubst und verstehst, weil du tust das nicht. Du gehst nicht davon aus, das weiß ich. Du hast dich vielleicht sogar kürzlich neu... Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Das ist nicht wahr, oder? Heimlicher Verehrer, heimlicher Verehrer. Versteckspiel, spionieren. Dieser Mann da, der spioniert. Und das bin ich, dieser Mann. Und du glaubst es einfach nicht. Du siehst jeden Tag diese Legungen. Taro, legst dir selber die Karten. Mit diesen Decks. Und es fallen diese Karten. Und es fällt diese Botschaft. Und ich sende sie dir immer und immer und immer wieder. Und du, du willst es nicht wahrhaben. Du streitest es ab, dass ich Gefühle noch habe für dich. Dass ich immer noch an dir interessiert sein könnte. Warum? Du weißt ganz genau, was da damals zwischen uns war. Diese Leidenschaft. Du weißt es ganz genau. Denkst du wirklich, die ist von heute auf morgen einfach weg? Denkst du wirklich nur, weil wir räumlich getrennt werden, durch Umstände getrennt werden, sind die Gefühle innen einfach weg? Glaubst du, die sind so puff, wie in einem Ballon, wo man reinpikst? Puff, einfach weg von heute auf morgen. Das denkst du wirklich. Und ich will dir über diese Botschaften das Gegenteil beweisen. Ich spioniere dir nach. Ich habe heimlich immer noch Interesse. Ich bin tatsächlich eifersüchtig. Also ganz ehrlich, auf meinen Nachbar Hari bin ich nicht eifersüchtig, weil der ist mir egal. Auf die Frau vom Bäcker bin ich auch nicht eifersüchtig. Die ist mir egal. Eifersucht. Sucht. Nach jemandem hast du nur, wenn er dir was bedeutet. Und du willst nicht wahrhaben, dass du mir noch was bedeutest. Du bedeutest mir mehr, als du dir vorstellst. Und deswegen fallen diese Karten in einer derartigen Deutlichkeit. Damit du das verstehst. Ja, ich bin im Rückzug. Ich brauche jetzt gerade diese Zeit als Mensch. In meinem Leben. Hinterm Zaun. Brauche ich es? Weil ich habe noch hier andere Lektionen. Das hat das Universum mir aufgetragen. Nicht ich mir selbst. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Aber ich bin hier und ich muss das fertig machen. Und für dich bin ich im Rückzug. Ja. Ich habe mich von dir zurückgezogen, abgeschottet. Aber du bedeutest mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Und das sollst du wissen. Und deswegen hatte ich dieses Video hier heute gefunden. Du bedeutest mir mehr, als du glaubst. Etwas, was ich dir abschließend noch an Emotionen rüberbringen möchte. Du und ich jetzt in diesem Moment. Du und ich. Bei uns beiden geht es um Freiheit. Wir sind nicht frei. Ich bin der Hund im Tierheim. Und das Wort Freiheit habe ich vorhin schon benutzt. Ich bin neidisch auf deine Freiheit. Deine Seele. Du in deinem Leben. Jetzt gerade. Du bist schon frei. Ja. Wären wir beide ein Kochrezept. Ja. Und man bräuchte für diesen leckeren Schmaus, um den zu kochen. Dieser Schmaus heißt Liebesbeziehung. Ja. Wenn wir für eine Beziehung zwei Zutaten bräuchten. Einmal dich. Ja. Als Seele. Und einmal mich als Seele. Dann wärst du schon bereit. Du wärst erntereif. Ja. Wären wir beides Tomaten. Dann wärst du die rote Tomate. Jo. Sagt das Universum. Die kann schon mal in den Pott. Die wäre bereit für eine Beziehung. Und dann würde das Universum mich angucken und sagen. Oh. Die Tomate. Der ist aber noch ziemlich grün hinter den Ohren. Ja. Hm. Seine Seele. Die ist noch gar nicht bereit für so eine derartige Liebe. Da müssen wir noch ein bisschen mit warten. Denn wenn wir den jetzt hier nehmen und da reinpacken in diese Beziehung mit ihr. Mit der roten reifen Tomate. Dann. Dann versaut er uns die Suppe. Dann schmeckt's nicht. Dann wird's nix. Dann nimmst du einmal. Und dann. Was ist das denn? Wer will denn sowas? Wer will denn so eine Beziehung? Würde jemand sagen. Ich bin nicht reif. Ich bin nicht reif und ich bin nicht frei. Ja. Ich bin quasi noch nicht bereit für die Suppe. Und ohne beide Zutaten gibt es keine Suppe. Das bedeutet. Hier. Grün. Ich bin die grüne unreife Tomate. Das ist ein Kind. Ein Kind ist kein Mann. Ich bin noch nicht reif. Ich als Mann. Ich bin noch nicht reif. Und ja. Ich hab's ja am Anfang schon gesagt. Ich weiß. Ich weiß. Du hast keinen Bock mehr. Und ich weiß. Ich hab mir zu viel Zeit gelassen. Und ich weiß. Ich bin nicht reif. Und ich denk mir selber. Scheiße. Wenn ich nicht bald reif bin. Dann können wir das mit der Suppe hier vergessen. Das ist ja der Druck. Den ich spüre. Ich hab auch Bock Suppe zu essen. Nur ich hab keinen Bock sie zu versauen. Ich will nicht derjenige sein, der nachher schuld ist, weil die Suppe nicht schmeckt. Verstehst du mich? Verstehst du mich ein bisschen? Das ist der Grund, warum ich dir heute die Botschaft sende. Damit du mich verstehst. Damit du den Grund für meinen Rückzug verstehst. Und ich schlucke richtig tief, weil es mir wichtig ist. Weil du mir wichtig bist. Ich denk an dich. Und ich reife so schnell ich kann. Botschaft Ende. Meine Lieben. Hier ist wieder die Sunny. Es fällt mir schwer, jetzt die Botschaft zu unterbrechen. Hier ist viel, 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 viel durchgekommen in dieser Botschaft heute. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Und ich hab das Gefühl, du darfst sie ein bisschen an dich ranlassen. Vielleicht entsteht jetzt in diesem Moment ein Schutzmechanismus. Mir kommt eine Tür rein, wo du sagst, nein, ich will das nicht hören. Oder nein, ich glaub das nicht, ich halte das nicht für möglich. Ich darf hier sagen, jemand darf sich ein bisschen öffnen. Ja. Ob es letztendlich Suppe geben wird, das weiß nur das liebe Universum. Ja, es liegt an den beteiligten Tomaten, könnte man sagen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich bin morgen auch wieder für euch, meine Lieben. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr in Resonanz geht mit mir, mit meiner Stimme, mit meinem Kanal, schaltet morgen gerne wieder ein. Und da bin ich mir sicher, dann findet dich die Botschaft, die dich in genau dem Moment finden soll. Also, meine Lieben, ich drück euch. Wenn ihr eine private Legung braucht, ich bin immer für euch da, dann lege ich für euch privat die Karten als Video. Kein Problem. Gibt's online auf meiner Website. Und ansonsten kann man sich auch wunderschön selber die Karten legen mit sämtlichen Decks. Ihr wisst Bescheid, meine Lieben, ihr kennt sie ja. Und dann will ich jeden Tag damit, um Tagesenergien abzufragen vom Herzmenschen. Wann immer einem danach ist. Ja, ich hab euch lieb, meine Lieben. Macht euch einen wunderschönen Abend. Lieben Gruß an alle reifen Tomaten da draußen. Habt ihr gut gemacht. Und in diesem Sinne, niemals vergessen Team Sunshine. Always smile and shine. Bye-bye. 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 Bye-bye.